Hallo Leute und damit wieder Willkommen zurück zum Star Challenge mit Flashy Ja und Tentos und ich schmier mir grad schon wieder diese komische Handcreme auf der Hand Ach ja, 10 Sekunden noch im Stapelschirm In der letzten Folge haben wir uns jetzt noch was reingetanzt in Batu Ach, oder was in der letzten Folge? Grad eben, du Vogel Jetzt braucht die gleiche Aufnahme Für die Zuschauer ist das die letzte Folge gewesen Meine Güte, bist du Painy Painy So, jetzt geht das nächste Boot bestimmt kaputt wieder Dann müssen wir mal warten und dann brauchen wir uns wieder los Irgendwo anders Bildung zu finden und dann in den Stunt suchen Findest du eh nicht Oder was auch immer Ich kann ja auch ein Fels mitnehmen Ja, eben doch Also hab ich auch schon mal überlegt Aber das kann nicht über Wasser schwimmen, wenn du eine Riesenstrecken hast Ja Und mit in der Hölle kannst du es auch nicht nehmen Nimm mich in laufig lieber zu kurz Ja Wenn man ein Pferd mit in der Hölle nehmen könnte, ne? Das wär geil Ja Findest du? Oh ja Oh ja So, immer noch in die richtige Richtung Ja Dann lauf mir mal um Kreis, 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 um Kreis Ich lauf hier gerade echt im Kreis Warum das denn? Also du weißt ja nicht, wie du das machen sollst, ne? Ich muss warten, bis das Essen fertig ist Achso Ja, dann buddel doch einfach ein Loch, oder so weiß ich doch nicht Ja, ist klar Bau dir mal ein Haus, oder so, damit du mehr Kisten unterbringen kannst Ach, auf dem Dach reichen die schon Okay, das reicht, das Essen Los geht's Du weißt, das brät eh bald nicht mehr weiter, ne? Was? Dein Essen Ja, und? Wenn ich wieder da bin, dann brät das halt weiter Ich bin ja eh gerade nicht da Komm, wir stimmen ein schönes Lied an, okay? Welches? Äh Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist allah, 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 allah Ja, mach mal Ich glaube, ich musste mal den Titel dafür raus, ich bin schon wieder auf dem Meer unterwegs Und ich stelle mir jetzt so lange Ich weiß doch gar nicht immer, wie ich die Folgen benennen soll, dann Ich bin doch nicht mal im Bett, wo ich unterwegs bin, aber naja, egal Nein, da kommt Festland, nein, da kommt Festland, schau Drückst du fest denn raus? Nein, doch nicht das Festland Na, ich schalte auf dem Bett, wo ich unterwegs bin, dann kann ich unter dem Mix So ender-Männer klatschen, wenn ich welche fände So ender-Purl-Gees Och man, jetzt leckt er schon wieder, weil er schon wieder, ja, 50% Ramp verbraucht hat Ja Äh Ehm Ich pack bei mir auch die Veränderung der Welt wieder Trotz Optifiden diesmal Manchmal so leicht mehr Ich weiß ja, wo es dran liegt Mach mal F3 und sag mal, was du rechts an Gigawalt hast Ähm Da steht 910 MB Ja, genau, das ist nämlich das Problem Ja? Ja, genau, das ist es Das ist nämlich das gleiche bei mir, warum die Boote auch kaputt gegangen sind Und warum es dann auch leckt ab und zu mal Ach, er lebt ja zu wenig, oder wie Ja, der hat einfach, du kannst das nicht höher zuweisen Ich hab mal geguckt, wie das funktioniert Da musst du irgendwie die komische Parts umschreiben Da hab ich dann gemacht und dann hat Java nicht mehr funktioniert Okay Das ist halt das Blöde am Minecraft Vanilla Dass du kein Keine Gigawalt richtig zuweisen kannst Mhm Hast du 64 oder 32 Bit System? 64 Naja, guck Könntest du sogar volle Auslastung machen Ja Das wird dem noch nicht mal jucken, dein PC Hast du 32 oder was? Ne, ich hab 64 Bei 32 darfst du eh nur die Hälfte deines Rams zuweisen Mhm Auch was du dann halt Beim Bekloppten Projekt oder so zugewiesen hast Dürftest du nur die Hälfte zuweisen Mhm Also beim Bekloppten Projekt habe ich nicht nur 16 Gigawalt, sondern jetzt 21 Wobei der CDM 4TB Sound schon noch dafür Naja, aber du hast ja halt 64 Bit Ja Wie gesagt, mit 32 dürftest du es nicht machen Mhm Okay, da ändert gerade ne neue Weltnerabschnitt, wo ich noch gar nicht bin Hast du eigentlich schon mal die Spion gefunden mit den verschiedenen Lebensorten? Ja, du meinst die Genien Ja, Mesa hieß Ja, ja Ja, aber das kann man auch als Canyon Äh Und äh Habe ich schon gefunden Ice Plants Das sieht auch geil aus Hard Ice Ja Ja, ja, habe ich auch schon gefunden Das sieht geil aus, ja Ich hab's noch nicht Aber da habe ich sogar einen Screenshot Ja guck, sowas finde ich noch nicht Ach man Jetzt schon wieder das Boot Einfach das Einfach das Was? Ich war's Einfach das Boot kaputt Einfach das Boot kaputt Oh Gruppen Piep im Altersheim Da sagt keine Oma nein Ja, ist klar Und das Tante Lieschen Piep wie ein Kaninchen Und die Schwester Oberin Die hat schon wieder Einen Drin Ja, du hast so ein Schaden Vielleicht, ehrlich Hä Doch, hast du Boah ey Scheiße, verpiss dich Naja Warte Den Song habe ich noch nicht verendet Aber Der Zentus liegt im Bett Der Zentus liegt im Bett Vom Weitem Vom Weitem Sieht er ein Skelett Ja, ist klar Das Skelett Das Skelett Das verschießt seinen Fall Kurz über Zentus Sein Bein Weiter weiß ich immer noch nicht Du hast noch das Schaden, aber ehrlich Oh ey Wo kommt die ganzen Munzer denn jetzt gerade her Du hast auch schwergestellt, ne Trotzdem Nein, habe ich nicht noch Hab ich schon wieder rausgenommen Aber mit einmal Viel Spinnen gewesen Oh Ja, ich schenke dir mal Mitleid Ist nicht für dich gewohnt, wenn du mal kurz vor Nachts pennst wieder Von dir brauche ich kein Mitleid Eine Tüte Mitleid? Ich bin ich Gar nichts Okay Sag dir mal, ich schenke dir mal eine Tüte Mitleid Ne, brauche ich nicht von dir Okay Autsch Ja, da kommen natürlich wieder die ganzen Zombies Den, den, den Du willst ein bisschen Action Ach man, ist das nervig mit der Kackkatze, ey Ich heiße mal zu suchen Hm, hätte man nicht oder schreiben können Ja, ich suche ja gerade ein Ja, ich suche ja gerade ein Garten Sonstium Was eine gute Größe hat Wenn man auch Rondi was findet dann Oh Ja, weil du nichts findest, ne Ich laufe wahrscheinlich noch richtig Ich laufe noch richtig Richtig Boah Schon wieder fressen Ja Die Unterzahl muss schneller laufen Ja Ja Stimmt Ja, stimmt Ja, wir können den Fini-Tier auf dem Buch Kacke ist Ja, in dem Vorzüchthieber durchgelaufen Und er fängt an zu zwischen Wobei ich ihn eigentlich auch Den gehauen hat Und dann mit einem Habe ich ihn doch getroffen Also lag Ja, das ist wegen diesem Wegen dem 1 GB nur Hm Ich hätte es ja 10 oder so Könnte sie lockerflockig durchlatschen Ja Und ich könnte eigentlich Boot fahren, richtig Weil normalerweise sollte das Optifahren ja ein bisschen beheben, ne Ja Ja Das vom Aufbau her Aber nicht, dass das Alles optimiert, richtig Okay Boah, ich brauche unbedingt Das knistert Schon wieder so ein bisschen Nächster knistert Na, 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 na Nächster knistert Na, 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 na Aber zum Glück hört man das In der Aufnahme nicht Na, was steht dann selber Ja Tipptippt So, muss nicht lang Komm schnell Da muss ich weiter Ja, ich Och, Mann Schon wieder Festland Der fisch Und kommt morgen auf den Tisch Nee Nö Nur weil ich Sternzeichenfisch bin Ja, bist du Noch Ach, ja Och, den Ernst Wo geht das fest an Der jetzt hier weiter Hier Kann ich nicht ich fahr schon wieder schipper schon wieder was mehr ist nicht wahr ist doch gar nicht doch bei roller ja auch mann hier mitten rum gar nicht ein fichten baum steht hier immer sagen ich dass du stinkst ja das weiß ich wie du stinke will stinke weiß wie er will elf minuten gleich tödliches rumlaufen schon wieder muss sehr super für die zuschauer sein auch mitten in der nacht hier ne tagsüber nach sie ist doch lustiger ja gut nachts kann ich über das meer schippern aber wird gerade nicht nachts aber mir hört gerade den tag habe ich eigentlich mein bett mitgenommen hellkühl sterbt mal alle für mich hey 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 that passt nicht so muss ich wieder lang was seht ihr mich so doof an So, kann ich nicht einfach mal hier so mein Finger drauf halten und einfach so lasten. Ja, aber du musst auch sappeln. Hä? Hä? Was? Ey, sappeln will ich nicht. Oder darf ich allein um da wieder machen? Ja, darfst du. Nein. Doch. Dann höre ich mir wieder an, was du für eine Scheiße laberst. Tintenfische, verpisst euch! Oh, Mann! Wohl kaputt? Nein. Habe ich nur weggedrückt. Schade. Deedit. Deedit. Ach ja. Der Flash hat schon so einen kleinen Taschen. Nö! Also das ist eigentlich ganz... Ich könnte jetzt eigentlich so... Mie! Mie! Weck mich mal in einer Minute. Hätt auch was so einfach... Weißt du, was mehr hättet? Schippern einfach... Erst nachher noch so ein Test. Ja. Leute, Flash hat doch einen Schaden, ne? Echt geht's. Ich sag nur, für jeden Daumen hoch, die eine Cento spendet, kriegt die Cento's ne Runde mitleid. Naja. Deee, dee, dee, deet. Ich muss mir die letzte Folge dann angucken, ne? Wieso? Deine, deine 58. Mal gucken, wie viele Daumen hoch du bekommen hast. Ach, gar keine. Wahrscheinlich dann. In irgendeinem hab ich doch das gesagt. Ich weiß noch nicht welcher. Ich meine... Ich glaub, das war die letzte Aufnahme. Von der letzten Session. Ich wusste schon gar nicht mehr, dass du das überhaupt gesagt hattest. Doch. Hab ich da auch im... Oh Mann! Alter! Ich bin schon 50 Meter weiter, ne? Sinnbildlich, ne? Und dann klatschst du noch 20 Meter davor erst gegen so eine Kackkante. Mann, ey. Christian Rappel hier. Armes Tufftuff. Gib dir der Armes Tufftuff. Tufftufft's gar nicht woanders. Ja, ne? Du wärst nur wieder Armes Tufftuff. Du wärst nur wieder Tufftuff genannt, ne? Ja. Ne, jetzt nicht mehr. Ich hab ja kaum mit denen. Schreib ich ja nicht mehr. Zumal. Ganz lustig. Nein. Ja, du findest alles lustig. Was mir Schaden... Was mir Schaden zufügt. Ja, klar. So viel Mann ist es da. Leck mich doch. Ne. Danke fürs Angebot. Aber nein. Ach, kommt auf euch. So, nächste Folge soll ich unbedingt irgendeinen Dschungel finden. Nein. Toch. Nein. Toch. Nein. Toch? Oder doch? Ja, unbedingt. Damit ich ein Ziel einfach mal abhaken kann. Toch. Toch, 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 Toch. Ich habe ungelogen. Wie viele Folgen sind es? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Äh, müssen wir nicht benden. Sind ja auch zu liegen. Äh, zehn, elf Folgen. Elf Folgen, 25 Ziele nur. Das ist... Ich muss auch wieder ein Ziel erreichen. Ja. Mir fehlen ja nur noch vier Ziele. Ja, weil du das mit der Katze schon hast. Ja. Trotzdem. Das ist ja nicht schön. Aber, ey, so allmählich Spaß bin, das ist nicht mehr wichtig, ne? Was? So allmählich wirklich viel Spaß bin, das gar nicht mehr, ne? Wirklich? Ja, du bist jetzt nur noch am Suchen. Ja, wie zu Anfang, das hat... Anfang hat das mehr zu guter. Aber wir beenden es ja zumindest. Ja. Okay, äh, Centos. Watch on your... Ja, ich weiß. Watch on your clock. Clock, clock. Dann würden wir sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.